So, willkommen zurück. Hier sind die gerade eben reinmarschiert. Ich möchte aber lieber durch die Zellentür hier. Das sieht irgendwie gemütlicher aus, der Weg. Ich will hier raus. Na egal. Boah, bin ich langsam. Wie läuft man denn hier? Ich glaube, die Taste war so, oder? Ja. Flitz, 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 flitz. Schon viel schöner. Wo sind die denn hin? Hallo, Leute. Sind die schon weit vorgeflitzt. Ah, da sind sie ja. Oh, Autospeichern. Das heißt, hier kommt was. Ja, hier kommt was. Ja, irgendwelche Kerle in schwarz und rot. Wie lustig ja jetzt. Ja. Genau, protect yourself. Und der König steht in der letzten Reihe und lässt seine Bauern für sich kämpfen. Hm, was haben wir denn hier? Oh. Potion of Sorcery, nehmen wir mal mit. Und so eine hübsche Robe. Ist ein toller, aber irgendwie... Können wir mal gucken. Irgendwie... So wirklich toll sieht das nicht aus. Ich möchte andere Klamotten haben. Hier, da, da. Yay, sieht doch gleich viel toller aus. Hübsch. So, wir sind jetzt ein Mitglied dieser komischen Kerle. So, und hier noch die Katana. Das steht auch mal. Kann man vielleicht verkaufen. Na, so. Katana. König, wo bist du? König. 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 Tod dem König. Lieber doch nicht. Das ist ein Gefühl, die werden sich hauen, wenn ich ihn haue. Ja. Will aber. Denk mich mit. Oh, Ratte. Tod den Ratten. Rattenfleisch. Lecker. Zack. Noch eine Ratte tot. Oh, was schwer. La, 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 la. Oh, eine Kiste. Eine Axt. Das nehmen wir auch mal mit. Und ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Hm. Das haben wir ja dem schon mal gemacht. Hier. Charaktermenü. Klar. Da, da, da. Alles mitnehmen. Alles wertvoll. Ah, ein bisschen anständiger Rüstung. Mal sehen. Hier. 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 Okay, die Hose noch. So. Das wiegt nur was. Bringt mir kein Geld. Bringt mir sowieso irgendwie nichts. Schmeiß mal weg. Gut. Ja, ja. Bogen gleich. Ich möchte jetzt erst mal Bogen. Lockpick. Bla, 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 bla. Ja, okay. Mal sehen. Kriegst du in? Ja. Schloss ist offen. Gold. Und. So. Waffen. 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 Bogen. Ich denke mal, die Pfeile brauche ich auch. Ohne Pfeile ist schlecht schießen. No, you're ready. Bla. Practice. Na gut, schießen wir mal. Ich will das Seil treffen. Ich habe anscheinend getroffen. Auch wenn ich den Pfeil nicht sehe. Was haben wir hier? Nehmen wir auch alles mit. Fucken so gut. Hallo Ratte. Zack. Wo ist mein Schwert? Nein, das war's nicht. Verdammt. Verdammt. So. Ratte ist down. Zack. Schnitzen wir da mal unser Gesicht rein. Da, la, la. Geht nicht. Mist. Okay, was hast du denn hier so? Oh, noch einen. Trang. Verzauber. Schlüssel. Dietrich. Ja, öffnen wir mal die Tür. Halli, hallo. Okay. Ich würde es auch nicht mögen, wenn jemand mit einer gezogenen Waffe redet, also lässt ich gar nichts verstehen. Hm, zaubern tue ich mit C. Ah, das ist also ein Heilsauber. Okay. Komm her, Ratte. Zack. Pfeile mitnehmen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Alles mitnehmen. Yay. So. Wir haben wieder bessere Rüstung. Bessere Rüstung gleich. Weniger Schaden. Weniger Schaden gleich. Weniger Schaden. Das heißt, wir leben länger. Uh. Schönen Haftschuk haben wir auch. Lust. Hm, was haben wir sonst davon? Feuer. Hm. Fleischsprung. Wir bleiben bei dem Heilungszauber. Ich denke mal, hier werden wir uns auf Nahkampf beschränken. Hallo, Ratte. Grems. Nächste Ratte. Ein Zombie. Tod dem Zombie. Tod dem Zombie. Was hast du dabei, Zombie? Irgendwas wertvolles? Das Fleisch ist anscheinend ein bisschen wertvoll. Zehn Gold. Ein Gold für Rattenfleisch. Zehn Gold für Menschenfleisch. Das macht mir irgendwie Sorgen. Nur das Kannibalen hier. Oder ist Menschenfleisch so nahehaft? So. Hüpf. Hüpfen kann man also auch. Schön. Hüpf. Hüpf. Ratte. Ratte tot. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Und wieder ein paar Dietriche. Zahm. Ratte tot. Ratte tot. Ich bin der Ratten-Töter von Oblivien. Okay, die Ratte hat nichts mehr. Die auch nicht. Okay. Die eine Ratte hatte nicht mehr ihr eigenes Fleisch dabei. Verdammt arme Ratte. Mhm, mhm, mhm. Oh, da unten laufen Gegner rum. Da sind wir doch mal ganz hinterhältig. Rüsten unseren Feuerzauber aus. Wo läuft die denn, die Ratte? Ratte. Doch dann, da hinten. Feuer. Bam. Nicht schlecht erspricht. Hübscher Zauber. Äh, ja. Klar, du stehst da unten und du triffst mich. Aber sonst geht's noch Drecksvieh. So. Zumindest hast du Rattenfleisch dabei. Oh, ein Helm. Helm ist gut. Und ein weiteres Schild. Ein bisschen was zu essen. Ja, 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 wir haben Essen essen. Äh, nein, das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Ratte. Rattenfleisch. Lecker, lecker. Also ich sehe schon, wo auswahrscheinlich unser größter Teil der Diät bestehen wird. Rattenfleisch. Ich höre schon wieder Ratten. Das muss schon beim Thema sein. Zack. Boah. Die Erden haben keine Chance gegen mich. Ich mag das Schwert. Schwert ist lustig. So, mal gucken. Wir hatten ja gerade eben neue Rüstung bekommen. Wo haben wir es? Da. Und ein neues Schild. Hat mehr Verteidigung als unser altes. Das ist gut. Okay. Und den... Was ist das denn? Adrenalinrausch. Mhm. 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 Okay. Erhöhnt alle Attribute anscheinend kurzzeitig. Für eine Minute. Um genug zu sein. So. Hallo Ratte. Todratte. So. Rumsrums. Rulter wie die Polter. La la la. Oh. Geld. Ist ja nur wenig. Aber Geld. Geld ist Geld. Und Geld ist gut. Damit Geld kann man sich tolle Sachen kaufen. Oh. Warte. Lockweg. Trank. Schön. Weiter geht's. Mhm. Ey. Oh ja. Alkohol. Unser Held braucht Alkohol. Wenn er wieder frustriert ist. Ich glaube ich werde in diesem Spiel hin und wieder doch Frustrationsmomente erleben. Weil ich möchte so viel erkunden wie möglich. Und das kann bedeuten, dass ich mich oft verlaufe. Zack. Tod den Ratten. Ich bin der Rattenkönig. Oh. Kammerjäger. Zack. Nichts, was man benutzen könnte, habe ich gefunden. Das ist ja toll. So. Nehmen wir noch die Tränke hier mit. So. So. Und die Leiche. Oh mein Löffel, ja. Löffel ist toll. Oh, was haben wir hier? So. Hier setze ich dann wieder einen Schnitt. Gleich machen wir weiter in dieser tollen Höhle mit vielen Ratten. Bis gleich. Bis dann. �